ARD Text im Auftrag von Funk Fernsehen, mach blöd! Mh, Limo! Mh! Oh, es geht los! Das ist eine weitere Folge von Epic German Meal Time! Wir waren gerade bei McDonalds. So, wir gehen Essen einkaufen. Lecker, lecker! Und wir wollten einen extra Happy Happy Meal. In riesig, gibt's das? Gab's nicht. Ach so, gibt's nur in einer Größe. Dann müssen wir das selber machen. Also haben wir Burger gekauft. Dann nehme ich 15 Cheeseburger, 2 Hamburger und 2 Veggieburger. Rockt! Und machen unser eigenes Happy Happy Meal, ja? Qualitätscheck! Wir haben ohne Ende Hack! Wir haben einen ganzen Haufen Käse extra für Theo! Wir haben Cola! Wir haben Pommes, die man noch nicht sieht. Und wir machen das Ganze in riesig groß. Denn Happy, Happy bedeutet riesig! Los geht's! Theo, Schinken! Schwarzwälder in den Ofen! Happy! Happy! Wir wickeln Wiener Würstchen in ... Blätterteig! Daraus werden unsere extrem Spezial-Riesen-Pommes! Happy, je... Happy! Happy! Happy Leberwursthaus! Nichts macht Jonas' Mann glücklicher als Leberwursthaus! Toast mit Milch in den Pot! Mehr Milch von glücklichen Kühen! Dazu jede Menge Hack! Happy Happy! Du bist Leberwurst? Nein! Zu fette Burger braucht man ganz, ganz, ganz viel glückliches Hack! Happy Happy! Da ist es! Jetzt geht's ab in die Pfanne! Der erste Burger brät in der Pfanne und wir sind jetzt schon so ver***d happy! Boah, was geht mit den Pommes? Boah, Bergpommes! Wenn die nicht mal happy sind, die Pommes! Alles? Gut? Oh, sie heißt! Es wird Zeit, einen Burger zu erschaffen! Einen Burger, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat! Einen Burger mit zwei Kilogramm Hack! Mit Käse Spaß! Niemals nachmachen, Kinder! Niemals! Mit jeder Menge Cheezies! Mit Schwarzwälder Schinken und mit noch mehr Hack! Das ist der Burger, der so happy ist, dass sogar eure toten Tanten schmunzeln müssen, ihr F***er! Wir haben den glücklichsten Burger der Welt! Wir haben riesige Extra-Spezial-Pommes! Und wir haben einen Eimer voll Coke! Das ist das Happy Happy Meal, ihr F***er! Guten Appetit! Da haben wir doch was vergessen! Das, was erst einen Burger so richtig happy macht! Nämlich das obligatorische Scheibchen Gurke! Happy! Geht? Ja, läuft! Läuft! Boah! Wir haben Burger und Pommes! Wir haben einen versch***enen Eimer voll Cola! Das ist Happy Meal-Time! Ihr F***er! Das war Epic German Meal-Time! Nächste Woche fressen wir einen Keilriemen! Ihr F***er! segue Hier Untertitelung des ZDF, 2020